Wer am Ende bei diesem Fall zum Schluss kommt, Hazel ist schuld, weil Hazel sich als quasi einzige Prominente mit ihrem Mann gemeinsam sehr klar und dann auch am Ende sehr streitbar positioniert hat, also das gemacht hat, was Promis nie machen, nämlich sich irgendwie angreifbar machen, weil sie für eine Sache einstehen. Wenn tatsächlich Leute am Ende zum Entschluss kommen, dass sie deswegen die Doofe ist, dann muss man tatsächlich mal wirklich das Fenster auf Kipp machen, weil wenn man bereitwillig sich jetzt auf eine Frau stürzt, die schlicht und ergreifend sich eingesetzt hat für eine Sache, eine Methode, die man meinetwegen gerne in Ruhe diskutieren kann, dann muss man sich mit dem Gedanken abfinden, dass man einfach nur dankbar ist, jetzt noch eine weitere Frau öffentlich abhassen zu können, die sich eingesetzt hat auf eine Art und Weise, die eigentlich beneidenswert ist, weil diese Promi-Welt ganz oft froh ist, wenn sie sich nochmal wegdocken kann, um ohne größere geschäftliche Schäden aus der nächsten Causa rauszukommen.